Wir laufen jetzt zur U-Bahn-Station und dann gucken wir uns Wien an. Genau, bis später oder so. Mittwochmorgen, später mal 11 Uhr. Wir fahren in die Innenstadt von Wien, müssen uns jetzt erstmal ein Ticket kaufen. Und dann geht's da rum. Ich habe die Ehre. Jetzt schauen wir mal, jetzt sind wir in Prata, unsere erste Station. Und dann mal gucken. Jetzt orientieren wir uns erstmal und dann gehen wir bestimmt da. Ja, nix mit Riesenrad. Jetzt gibt's erstmal Cappuccino mit Schlag. Ja, jetzt sind wir auf dem Prata. Ah, schön. Ja, da waren wir gerade im Prata. Und jetzt schauen wir weiter. Naja, da gehen wir nicht drauf. Glaublich. Wir haben Prata fertig. Jetzt gehen wir wieder zur U-Bahn und suchen uns die nächste Attraktion in Wien. Wir fahren mal mit der U-1. Da sind wir ja am Stefans Dom. Tina sucht mich schon. Da ist sie. Die Tina ist gerade shoppen. Souvenirs. Hier ist der Dom. Und da steht die Fianca. Vielleicht fahren wir damit. Mal schauen. Du wenn sie fahren wollen. Das ist ja so. Zuvor in der Stunde. Ja! So, und jetzt hat der Gregor Hunger. Bettina auch. Und darum gibt es jetzt Wiener Würstchen. Jetzt suchen wir noch das Hard Rock Café. Muss irgendwo in die Richtung sein. Bettina geht Briefmarken kaufen. Und der Gregor geht mal ins Hard Rock Café. Wir sind wieder zurück auf dem Campingplatz. Ja, wir waren erfolgreich. Ja, wir haben viel gesehen. Kaum Geld ausgegeben, war günstig. Cappuccino 4 Euro. Wie ist denn genauso, Peter? War ein schöner Tag. Jetzt gibt es erstmal lecker self-made Cappuccino. Schade, bekomme der Platz. Hier bis 22 Uhr. Jürgen 4 S посмотрим bei den Club這一 ... Hierン 34 salon De Prot tua! ... ... ... Untertitelung. BR 2018